Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren vlog und los geht's nach dem intro. Viel spaß! Ja heute endlich mal wieder ein ganz normaler vlog ja mal gucken was wir da so noch alles reden auf jeden fall erstmal kommt eine auslosung von diesem iron sky 2 genau coming race glaube ich so hieße das wird ja auch noch in diesem video stattfinden ja da kommen wir auch gleich noch zu die auslosung ist jetzt doch schon ein bisschen länger her darum ja wenn ich das an dieser stelle mit auslösen auslösen auslosen mein gott ich hoffe euch hat der live stream gefallen der man wird jetzt erst noch kommen mich drehen ja ihr wisst wie das immer schwierig mit diesen blogs aber ich hoffe der hat euch gefallen mal gucken wir mal den nächsten starten oktober steht ja auch noch eine ganze menge an ja mein new york trip ja kino joker die woche gehe ich noch in joker mittwoch in die vorpremiere wird es dann auch zeitnah review zu dem film geben ja dann habe ich auch endlich noch wie gesagt von vom vom winde verweht mein gott ein paar sprachfehler hier muss noch mal was trinken war vom winde verweht habe ich natürlich auch geschaut und wird auch ein review kommen haben wir euch ja habt ihr euch ja gewünscht ja das russland haus habe ich auch noch geguckt da gibt es auch noch ein einzel review zu ja da habe ich noch ein paar andere filme guckt hier annava wolfkop habe ich noch geguckt da können wir jetzt mal ganz kurz drüber reden aber wolfkop habe ich hier im moment noch das media book das hatte ich ja auf der comic-con geholt gehabt genau hier annava wolfkop ich hatte den ersten film schon abgefeiert richtig schöner trash film und der zweite liegt ja noch mal so eine schippe drauf ja also ja die story ist einfach ganz simpel also eigentlich story muss man über diesen film gar nicht groß reden story ist einfach so dass hier in dieser klein ich weiß wie heißt noch mal die stadt naja jedenfalls in der stadt wo halt der wolfkop sein unwesen treibt kommt neuer geldgeber der die alte brauerei öffnet und dadurch ja wie soll ich sagen die die bevölkerung infiziert mit irgendwas ich will ja nicht so viel verraten und ja er ist halt böse der wolfkop kommt dahinter und es gibt halt eigentlich nur irgendwelches gebäsche getrsche ja aufschlitzen und ja die story muss man da eigentlich nicht groß verfolgen aber der film der macht spaß ist eine richtig schöne absurde bescheuerte idee mit diesem kopf der 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 sich zum werwolf wird und dann die leute auseinander reißt und so also es ist richtig schön absurd weil er dann auch immer noch seine polizeiklamotten trägt oder so also richtig schön bescheuert der film hat auch einer der abgefahrensten sexszenen die ich seit langem gesehen habe in einem film und zwar wo jemand der normalen mensch ist mit einer werwölfin vögelt also ich sag euch das muss man ja also sehr sehr cool der film kriegt von mir auf jeden fall erstmal vier von fünf ich ja ich stehe manchmal sowieso auf so eine abgefahrenen ideen trash filme finde ich immer cool und das ist so ein richtig schöner abgefahrener trash der gut gemacht ist er sieht auch nicht mal billig aus also das ist alles gut gemacht handwerklich geht auch nur 79 minuten also der schnell mal so wie gesagt ein kumpel von mir der lässt sich schnell weg gucken ja und daher wie sagt kurz kurz weil ich nicht zu lang nicht zu übertrieben meistens nicht zu viel reingebracht kurzer trash film und darum und unbedingt wer da mal interesse hat kann ich die beiden mal angucken im ersten zweiten teil die sind ziemlich cool ja dann habe ich mir noch angeschaut aladdin genau die realverfilmung von disney der ist jetzt erschienen über blu-ray und digital ich hatte mir erst mal nur ausgeliehen weil ich nicht so genau wusste ich bin ja ein großer fan des alten aladdin film also dass das originals des zeichentricks film da da bin ich groß geworden ich habe doch das super nintendo spiel gespielt rauf und runter und aladdin war einfach ja war eine coole geschichte cooler film den ich immer ja viel für viele ist immer so künz der löwen da war ich nie so ein fan von der war zwar auch gut aber ich war immer so mehr dieser aladdin typ und ja darum habe ich mich auf den film naja ich dachte so die ersten trailer fand ich alle nicht so gut hier mit bill smith und so das sah alles alles so kacke aus und naja jetzt habe ich den film gesehen und muss sagen wow ich bin positiv überrascht ich finde fand ihn wirklich sehr sehr gut ja die geschichte ist ja die gleiche da müssen wir ja nicht groß drüber reden das ist ja geht ja mal die die wunderlampe ist ja nun das ist da wurde auch nicht viel groß verändert die geschichte ist auch immer noch gut die funktioniert heute auch immer noch ja was der film ist einfach ja das ist so ein viel guten movie das irgendwie schön der hat eine coole geschichte coole charaktere sage ich jetzt mal aladdin ist einfach sympathisch das ist eine geile geschichte die einfach jetzt hier noch mal in einem anderen gewand sage ich mal noch mal erzählt wird und das auch wirklich sehr gut gemacht ist weil nämlich zum beispiel will smith die die rolle des genies halt ganz anders spielt wie es damals hier wie heißt er noch mal ab im zeichentrick für wiese denn da der leider schon verstorben ist jetzt komme ich nicht auf den namen ich blende unten ein und ihr wisst doch sowieso ja genau ich mache das wirklich ein bisschen anders bringt ein bisschen pep rein das fand ich auch gut dass es nicht hundertprozentig so das gleiche ist es halt anders ich würde sie sagen dass es besser ist es einfach andere interpretationen von von dem genie und super gemacht war richtig cool coole 10 ja natürlich gibt es um paar negativpunkte und das erste muss ich sagen ist dass er film ist ja von guy richie und ich mag seine filme der hat immer so einen coolen stil den man immer so so einen komischen geilen look so modernen look mit musik und die action 10 die immer gut rüberbringt der hat also so eine coole coole sache der hat hier code name ankel oder oder den den letzten hier ging afa gemacht ich eigentlich alle sehr sehr geil finde die filme oder hier sherlock die filme hat er auch gemacht und er hat ja so coolen stil drin und den merkt man hier bei diesem film meiner meinung nach überhaupt gar nicht man merkt nicht dass der film von guy richie hätte von jeden 08 15 sein können man merkt irgendwie nicht dass der von guy richie ist das muss ich einfach sagen das ist ein bisschen schade das nächste finde ich die rolle des jaffars komplett verfehl besetzt das ist so ein naja so lappen halt der der hat nicht also jaffar im original ist ja so ein richtiger finster alter mann der so wirklich dem man schon diese diese beängst also man hat wenn man ihn sieht hat man schon angst so so kam mir immer im zeichentrickfilm rüber und 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 hier war das halt einfach so lappen denen diese rolle so null irgendwie abgegriff der hat einfach null gepasst sind wir mal ganz ehrlich das war so ein bisschen das sind so zwei negativpunkte denn noch so ein paar lieder also ich bin ja nicht so der freund wenn gesungen wird waren auch so ein paar sachen die so ein bisschen gestört haben ja so ein paar sachen aber im großen und ganzen wie sagt kriegt der film von mir sogar eine vier von fünf ja wie gesagt ich fand den wirklich im großen und ganzen wirklich sehr sehr gut hat halt natürlich ein paar schwächen ist halt kein absoluter super der zeichentrickfilm ist natürlich immer noch besser der ist natürlich noch um längen besser muss man einfach sagen aber sonst cool der affe war geil der rabe war wieder cool der teppich war cool gemacht also da waren coole 10 bei der sah auch sehr gut aus der film obwohl ich so erst noch bemängeln würde so der wirkte so und hat so diesen clean look aber das ist halt das kann man ja nicht mit so einem braveheart vergleichen oder so weißt du so so oder mit game of crowns oder so wo das alles so wirklich echter dreckiger aussieht so das natürlich alles hier ja sauberer schöner look alles immer schön hell schöne bunte farben aber ist halt natürlich wenn man die vorlage sieht den zeichnet film ja ist das natürlich verständlich und darf man nicht darüber meckern sage ich jetzt mal darum wie gesagt eine sehr sehr gute vier von fünf und ich würde sagen jetzt kommen wir mal langsam zum gewinnspiel ja würde ich sagen losen war das jetzt hier mal aus hier wo dann wollen wir das auslosen ich habe das hier schon reingeladen wie gesagt hier war ja das video und habe es jetzt hier oben schon reingeladen 43 kommentare und wir drücken jetzt einfach hier auf start und dann bekommst du ja das geile ding zugeschickt hier den geilen film iron sky coming race ich drücke jetzt mal ich will euch hier nicht länger auf die folter spannen oder wir können ein bisschen warten oder nein ich drücke jetzt hier ist sowieso schon eine woche zu spät hier machen wir es jetzt immer ich drücke soll ich jetzt drücken hier soll ich soll ich soll ich gut ja warten ab hier mal gucken wer das teil gewonnen hat michael müller du hast gewonnen hashtag ziemlich langweilig egal okay denn doch tiefe oder kurz im statement loslässt ach so das waren die worte ja das heißt also also du willst eigentlich nicht gewinnen möchte das richtig sehe ich hoffe ich habe das jetzt richtig interpretiert und darum machen war pick and over winner ja und nochmal start ja stimmt einige wollten ja haben nicht mitgemacht super wollen ja auch nicht gewinnen der manu schau drücken wir nochmal wir werden schon jemanden finden hackbad hashtag iron sky genau da ist das hashtag ja hackbad du hast gewonnen herzlichen glückwunsch ja 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 melde ich einfach bei mir ich glaube wir sind in hackbad natürlich hast du nicht schon mal alles gewonnen du warst doch natürlich haben dich doch getroffen du bist doch hier der aus aus berlin hier da eine ecke da wie heißt das nochmal bernau genau oder das war's doch du genau ja herzlichen glückwunsch du hast den gewonnen schreiben einfach an und dann kriegst du das ding zugeschickt nochmal deine adresse und ja genau so sieht das aus alle anderen dann viel glück beim nächsten gewinnspiel und machen wir weiter hier ja sag ich mal herzlichen glückwunsch hackbad hier ist der film ja iron sky coming race ja der letzte schrott aber vielleicht gefällt er dir ja wie sagt herzlichen glückwunsch schon mal an dieser stelle ja womit geht es weiter hier eigentlich im programm ja ich denke mal wird immer reichen für diesen blog wie schon angekündigt habe joker review kommt auf jeden fall in dieser woche noch mal gucken was am wochenende noch so ansteht und ja lasst euch einfach überraschen ja ein paar vorschläge hat was er noch ein bisschen mehr sehen wollte von meinen anderen sachen die ich früher mal so gemacht habe oder so schreibt mir in den kommentaren so wenn ihr euch etwas wünscht wir sehen die cimitar vielleicht noch mal mit neuen themen oder so könnt ihr noch ein paar themen dazu schreiben was euch ein bisschen interessiert dann könnte ich dafür auch noch mal wieder was machen wenn ich da irgendwas fehlt irgendwas vermisst oder wenn da noch irgendwas wo er sagt mensch das war mal ein cooles format da würde ich noch ein bisschen mehr sehen könnte es unten noch in die kommentare schreiben und sonst an dieser stelle gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann